Hallo YouTube und hier ist wieder euer Sana und ich habe gerade, oh mein Gott, wir werden von zwei Flanken attackiert. Ähm, ja genau, ähm, wir werden gerade wieder angegriffen, habe ich gesehen. Mit Drake. Das ist noch einer, aber noch mal Drake. Oh, den kenne ich noch nicht von Drake, der Schakal. Aber ja, wir werden hier gerade angegriffen und, oh, noch eine Kanone, geil. Und ich habe letztes Mal voll mein Intro verpeilt, äh, mein Outro verpeilt, weil die hier einfach angegriffen haben. Ach komm, da sind so viele. Ich jetzt mache hier aber auch zwei Flanken hier. Fuck yeah, so, ihr kommt jetzt mal alle hier rüber. Genau, jetzt versuchen wir mal die Kanone durchzukriegen. Was hat mir letztes Mal so gut funktioniert? Ich verstehe gar nicht, was da los ist. Huch, warum? Also irgendwie, äh, ja genau, das hat mich am Ende der letzten Folge auch so ein bisschen verwirrt. Ähm, irgendwie habe ich so einen Bug mit dem, mit der, mit dem Fog of War irgendwie. Daher hatte ich das eben genau, ach ne, hä? Hier, irgendwie, irgendwie, irgendwie ist hier was faul. Hier auch, irgendwie. Warum kann ich das überhaupt sehen? Das macht keinen Sinn. Ach so, die kommen jetzt von da. Äh, du läufst dann auch immer da hin. Du kriegst das schon hin. Ach, Drake hat seine, äh, Fähigkeiten machen mich, schade. Aber Yuki kann ihre. Ja. Na guck, die können gleich, oh verdammt, sagen, die können gleich mitmachen, aber. Stimmt, ja, können sie auch eigentlich, so. Einfach doof da, so, die Fähigkeit von Drake spare ich mir. Oh, ich komme da auch durch, was ist da los? Okay, der Schwertkämpfer-Trupp hat ganz schön gelitten gerade. Kann Drake wieder was? Äh, Drake kann, äh, Drake spart sich das auf. Ja, aber Drake stellt sich mal noch da mit rein. Ich hasse das Drake, dass er nur so machen kann. So. Ist sowas richtig unnötig, muss ich erstmal irgendwie so ein bisschen zurückzureiben. Und auf die Kanone. Okay, ganz einfach, doof. Abfuhr vielleicht ganz oft die ganzen Camper da hinten. Du Schwertkämpfer, auch hier sind ja auch noch ganz, ganz viele Leute. Einfach drüfter. Okay, jetzt alle wieder zurück. Zurück. Okay, nice. Das gefällt mir bisher schon mal besser. Oh, 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 Drake. Die ganzen, die ganzen, sind meine Bogenschützen, sind alle die ganzen Bogenschützen tot? Ne, hier hinten stehen sie alle. Hier könnte man mitmachen. Ja, aber jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, wo? Okay, easy. Ach, hier ist noch ein Trupp. Seid unbesorgt. Ach, die stehen so weit hinten hier. Ja, wo? Ach, das ist noch mal nach vorne. Oh, das gefällt mir doch schon besser. Äh, brauchen die Ballistatürmer irgendwie? Ja, der kann mal prepariert werden. Da reichen noch drei. Obwohl, ne, warte mal, bleib, 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 bleib weg, bleib weg, sonst ruinieren die alles. Jetzt schicken die einzelne Kanonen, ne? Ah, ich merke's. Von so einzelnen Kanonen, das ist wirklich irgendwie recht komisch. So. Ah, okay, jetzt... Jetzt war's das mit den Kanonen, aber das ist mir erst mal egal. Wir haben, guck mal, wir haben vier... Oh, warte mal, vielleicht kriegt die noch durch, ne. Nein, 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 nein. Ach, komm, lass die Kanone. Ah, nee, warte mal, lass uns die... Ne. Lass die Kanone, bitte. Ah, schade eigentlich. Komm, lass sie in Frieden, lass sie... Ah. Haben die überlebt, die kommt... Ah. Ist egal, wir haben ein paar Kanonen, wir haben jetzt erst mal... Die haben auch besser überlebt als beim letzten Mal. Das passt. Ich würde sagen, das passt. Jetzt haben sie sich erst mal wieder verpisst. Oh, jetzt kommen sie hier. Okay. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ach, scheiße. Na, egal, 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 egal. Ach, mein Gott, wenn ich in diesem Lab-Eignet sterbe. So. Mach sie nieder. Ach, ich brauche ohne Spaß mit den Lab-Eignen. Jetzt greifen sie hinten doch wieder an. Ist da irgendwer jetzt hinterher gelaufen? Ne. Was ist mit der Kamera los? Irgendwie ist das alles verbuggt heute. Aber wer greift denn da an? Oh, mein Gott, die Idioten. So, wer ist denn der gelaufen? Das gibt's ja nicht. Die stehen mal alle so weit hinten, die Fernkämpfer. Ah. Ah, es sind nicht viele. Ja, greifen dann. So, irgendwie, irgendwie... Ich kann die auch nicht alle auswählen hier. Ist doof. Wir benutzen die Kanonen auch nicht, so, habe ich das Gefühl. So, Schwertkämpfer auch. Okay, jetzt gibt's da oben hier Beef. Hm, die sind gerade nicht bei den Kanonen, bei der Kanone-Gießerei. Wenn die sich hier hinten durchkämpfen könnten und dass ich noch eine Kanone durchkriege unten, das wäre geil. Ja, die Kanonen kommen recht sehr... Oh. Oh, wow. Okay. Gruppieren, alle von der Brücke runter. Oh, fuck. Das sind viele Kanonen. Und was stehen die alle so weit hinten? Hier da, rein da. Hier da, rein da. Bretteneinheit. In Ordnung, wie ihr möchtet. So. Ja, jetzt reiben sie noch die Kanonen-Gießerei an, ne? Also, jetzt gibt's keine Kanonen mehr. So, die ziehen sich nochmal unabautet zurück, ja. Oh, fuck, fuck, weg, 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 weg. Wir müssen mit dem Turm kämpfen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich muss... Oh, okay. Jetzt ist es doof gelaufen. Oh, scheiße, nein, 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 nein. Yuki, Yuki! Yuki läuft hinten. Nein, ihr solltet nicht kämpfen! Da stehen doch die Kanonen drinne. Oh, Yuki. Yuki muss wieder den Tag retten hier. Oh. So, fuck, was stehen die? Ah, die stellen sich immer so weit hinten hin. Ihr auch. Ihr rein. Rein, hier. Na, die laufen ja nicht weg, ne? Komm, die bleiben da stehen. Ich hab denen gesagt, lauf weg, ne? Aber nein, bleib da stehen. Interessiert ja keinen. Geht's dem Verlustaktraum schlecht? Ne. Okay, Yuki, Yuki, Yuki! Dasselbe gilt für dich. Das sind aber auch alle Fernkämpfer, wenn's geht. Ah, die haben immer so viele Kanonen. Okay, Rückzug. Das ist immer das Problem bei dem Rückzug. Die Fernkämpfer ziehen sich immer so weit zurück. Jawohl. Für Um und Ehre. Ah, und die können... Das Problem ist von der Brücke, äh... Das ganze Pathfinding, das kriegt sich dann richtig... Das kriegt dann irgendwie irgendwelche Anfälle. Und dann kommst du einfach nicht... Also sich von der Brücke zurückzuziehen, ist richtig schlecht. Also irgendwie, das nicht geht. Dann setzt du dich einfach den Fernkämpfern aus. Ja, ich weiß. Okay, jetzt aber weg hier. Ja, auch weg hier. Ja, wir kümmern uns darum. Oh, noch mehr Schrecklampfer. Ja, aber es geht ja schon erstmal wieder. Hm. Ja, guck die hinten hier noch. Auch nix zu tun hier hinten. Dem wird schon langweilig. Und wir haben immer noch vier Kanonen. Kann vielleicht auch... Oh, warte mal jetzt. Zack. Okay, ich glaub das ist noch mit dem Turm eben gerade. Hm, wenn nicht mal noch ein Live-Einheit hier stehen. Aber wir haben nur sieben. Okay. Ja, das bisschen braucht er nicht reparieren. Ja, das geht doch erstmal. Ja, das geht doch erstmal. Briten-Einheit. Blü-dü-dü. Oh, da kommen sie wieder. Da kommen sie wieder. Das sind immer nur so Kanonen. Alter. Geh umschätzen, die will ich gleich. Oh, jetzt kommt... Nein, 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 nein. Bleib mal da weg. Bleib mal da weg. Na, oder? Na, oder? Ich gehe voll drauf. Das ist jetzt egal. Kann Yuki die... Irgendwie ist das nur so mit Yuki... So ein Problem mit Yuki und Drake. Ist das Gefühl. So. Müsst jetzt alle wieder von der Brücke runter. Es ist halt so blöd, wenn man es auf dem Komma dann... Dann bleiben die erstmal fünf Stunden stehen, weil erstmal die anderen da weg müssen. Es ist halt auch richtig blöd. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ist ja richtig doof. Oh. Dafür sind wir genau die richtigen... Dann wäre erstmal eine gute Truppenstärke hier. Wir brauchen noch nur noch eine Viertelstunde aushalten. Guck mal, das ist noch eine Folge weg. Ist das nicht geil? Ich glaube, jetzt habe ich es mittlerweile geschafft. Eigentlich so gut im Grunde. Ich meine, die hier sind so ein bisschen... Ach, guck hier mit. Von dem brauche ich nichts befürchten. Dann kriegen wir schon keine Kanonen mehr, dann ist das egal. Oh, also, okay, wieder nur da oben. Ja, ich muss sagen, das ist doch bisher recht nice. Nächstes Mal schaffe ich vielleicht auch sogar mal mein Outro dran zu hängen. Das war irgendwie in der letzten Folge. Da kam auch immer alles auf einmal und dann... Ah, dieser komische Back ist komisch. Oh, 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 oh. Ich hoffe, das wird aufgenommen. Das ist echt komisch. Blub, blub, blub. Ah, so die Ruhe vor dem Sturm, habe ich das Gefühl. Der größte Scheiß kommt jetzt noch. Aber ich würde das nur sagen, bevor die jetzt wieder angreifen, passiert das in der nächsten Folge. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem wieder einen Daumen hoch, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Dann abonniert meinen Kanal. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Sana. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal.